Einmal in der Woche muss es sein. Dann nimmt sich Susanne Kalb viel Zeit und wäscht sich die Haare. Gekämmt müssen sie schon sein, wenn Susanne Kalb das Wasser temperiert. Nicht zu heiß und nicht zu kalt. Billig ist die Pflege ihrer Haare nicht, denn eine ganze Flasche Shampoo braucht die Frau aus Saloui bei einer Wäsche. Mehrmals wird das Pflegemittel in die Haare massiert und ausgewaschen. Um die Haare auf Vordermann zu bringen, ist außerdem eine gehörige Portion Spülung nötig. Nach dem Waschen greift Susanne Kalb zum Föhn. Zehn Minuten lang bläst sie heiße Luft auf die Haare, um die 1,60 Meter lange Mähne anzutrocknen. Und dann beginnt die eigentliche Arbeit. Kämmen, kämmen, kämmen und nochmals kämmen. Geduld ist die wichtigste Tugend für Susanne Kalb, denn ihre Haare sind ihr ganzer Stolz.